Die zwei lassen sich eh nicht stören, wenn sie spielen. Ja, kann kommen, was sie will, das interessiert die nicht. Wenn zwei Ems miteinander spielen, sind alle anderen Hunde uninteressant. Egal, was sie tun. Wir haben da so andere, die beißen sogar rein, so spaßhalber, das interessiert die überhaupt nicht. Die werden einfach ignoriert.